Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute geht es um Seven Wonders Duell. Bei Seven Wonders Duell spielt jeder Spieler eine Zivilisation, die über drei Zeitalter hinweg ihre Stadt aufbaut, Weltwunder errichtet, Gebäude errichtet und das alles um den Gegner zu übertrumpfen. Die kleine Schachtel ist ordentlich sortiert. Tableaus, Karten und Marker haben vorbestimmte Plätze, sodass nichts verrutschen kann. Es gibt Zeitalterkarten, die Gebäude darstellen, Gildenkarten und Weltwunder. Zunächst werden die Weltwunderkarten gemischt und vier davon ausgelegt. Der Startspieler darf sich nun eines davon aussuchen, der andere zwei. Der Startspieler erhält schließlich das übrig gebliebene. Dann werden wieder vier Weltwunder ausgelegt. Nun beginnt in selber Weise der zweite Spieler mit der Auswahl. So wird bestimmt, welche vier Weltwunder die Spieler jeweils in dieser Partie bauen können. Die Zeitalterkarten werden nach dem ersten, zweiten und dritten Zeitalter sortiert. Aus jedem Stapel werden dann drei zufällige Karten aussortiert. Zum dritten Zeitalter kommen noch drei zufällige Gildenkarten hinzu. Jeder Stapel wird gemischt. Das zweite und dritte Zeitalter werden an die Seite gelegt. Das erste wird in einer vorgegebenen Art ausgelegt, sodass sich offene und verdeckte Karten abwechseln. Der Spielplan wird zwischen die beiden Spieler gelegt und mit Fortschrittsplättchen, Militärplättchen und der Konfliktfigur bestückt. Schließlich erhält jeder Spieler ein Startkapital von sieben Münzen. Es kann losgehen. Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Ist man dran, muss man eine offene Karte nehmen und ausspielen. Dabei hat man drei Optionen. Erstens, man wirft die Karte ab, um Münzen zu erhalten. Zweitens, man nutzt die Karte, um ein Weltwunder zu errichten. Oder drittens, man errichtet das Gebäude, das auf der Karte abgebildet ist. Die Kosten für das Gebäude stehen an der linken Seite. Im oberen Bereich ist der Vorteil, den es einbringt, symbolisiert. Unten steht der Name. Einige Gebäude besitzen im oberen Bereich noch ein Piktogramm, welches andere im Baukostenbereich zeigen. Hat man ein Gebäude in der eigenen Auslage, das ein Piktogramm zeigt, das mit einem anderen auf dem Baukasten übereinstimmt, so kann man das neue Gebäude kostenfrei bauen. Das Bezahlen der Gebäude geht über die eigene Produktion. Sobald man Karten in der Auslage hat, die Waren im oberen Bereich zeigen, produziert die eigene Stadt diese Menge an Rohstoffen. Diese Stadt produziert beispielsweise zwei Holz, einen Stein und ein Papyrus. Der Spieler kann also den Schießplatz bauen. Die Waren werden nicht verbraucht, sondern stehen bei jedem Bau zur Verfügung. Reichen die produzierten Waren aber nicht aus, so kann man eine fehlende Ware für den Preis von zwei Münzen plus der Anzahl an gegnerischen Produktionen dieser Ware einmalig dazukaufen. Hier fehlt dem Spieler ein Holz zum Bau. Da sein Mitspieler ein Holz produziert, kann er das Gebäude nur dann bauen, wenn er drei Münzen dafür abgibt. Weltwunder werden genauso gebaut. Die verbrauchte Karte wird dann unter das Weltwunder geschoben, um anzuzeigen, dass es nun gebaut wurde. Sie gewähren oft besondere Sofort-Effekte wie einen zusätzlichen Zug und meist auch viele Punkte für die Schlusswertung. Neben Waren liefern die Gebäude noch Schilde, die den Konfliktmarker in Richtung des Kontrahenten laufen lassen oder Forschungssymbole, für deren paar weises Ansammeln ein Fortschriftsmarker als Belohnung winkt. Diese bringen verschiedene Vorteile und Vergünstigungen. Außerdem erhält man durch manche Gebäude Siegpunkte, Vorteile beim Handeln oder Gold. Gildenkarten gewähren einem eine persönliche Punktewertung am Ende des Spiels. Sobald alle Karten aus der Auslage genommen wurden, endet ein Zeitalter. Es werden die Karten des nächsten Zeitalters nach der Vorgabe ausgelegt. Sobald ein Spieler den Konfliktmarker auf das letzte Feld des Gegners bewegt hat, gewinnt er das Spiel. Genauso gewinnt man sofort, sobald man sechs verschiedene Forschungssymbole gesammelt hat. Gibt es keinen frühzeitigen Sieger, endet das Spiel nach dem dritten Zeitalter und es kommt zur Punktwertung. Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Simon Wanderth Style ist wirklich ein gelungenes Spiel für zwei Spieler. Gerade weil es diese drei Möglichkeiten gibt zu gewinnen, muss man wirklich dauernd darauf aufpassen, was macht jetzt der Gegner. Weil dieser Militärsieg, das geht manchmal schneller, als man denkt, da hat man schon verloren oder schon gewonnen, weil es hier am Ende dann auch Karten gibt, wo man dreimal in die Richtung des Gegners ziehen darf. Und ja, dann ruckzuck ist einfach das Spiel vorbei. Das heißt, man muss bei diesem Spiel hier wirklich immer gut darauf achten, was macht der Gegner. Und man muss auch gucken, wenn ich jetzt hier eine Karte nehme, dann eröffne ich dem Gegner ja wieder neue Karten, die er dann nehmen kann, weil man immer nur die nehmen darf, die frei liegen. Das heißt, wenn ich jetzt diese nehmen würde, dann hätte der andere diese beiden zur Auswahl. Wenn ich diese hier nehmen würde, hätte er diese beiden zur Auswahl, wo ich natürlich nicht weiß, was dahinter steckt. Das heißt, hier ist die Interaktion sehr hoch, was das Spiel natürlich besonders gut macht. Und was wir finden, dieser Militärsieg, der ist ein bisschen einfacher und schneller zu erringen, als jetzt der Sieg über die Wissenschaft, weil es nicht so viele von diesen Symbolen gibt. Und man muss ja von jedem Symbol eins sammeln. Es sei denn, man hat hier dieses Bonusplättchen ergattern können. Das zählt auch als eins dieser Symbole. Aber das ist nicht ganz so einfach. Also da muss man sich sehr, sehr stark darauf konzentrieren. Und wenn der Gegner das merkt, dann wird er natürlich schauen, dass man nicht diese Symbole kriegen kann. Und dann wird dieser Sieg fast unmöglich. Aber der Militärsieg, der kann dann doch schneller gehen, als man denkt. Ja, und dann, wenn man merkt, oh, keiner wird ein Militär- oder ein Wissenschaftssieg erringen, dann muss man ja auf einmal anfangen, auf Siegpunkte zu bauen, damit man dann am Ende nach dem dritten Zeitalter wenigstens die Siegpunkte oder mehr Siegpunkte hat als der Gegner. Das Spiel ist wirklich gut austariert, sodass man stets darauf achten muss, was der andere macht und wie jetzt wohl der Sieg ausgehen wird und welche Karten ich jetzt nehmen muss, um eben dann zu gewinnen am Ende. Dabei helfen natürlich auch die Weltwunder. Die darf man nicht unterschätzen. Also es ist auch toll gemacht, dass man dann eine Karte nimmt, die vielleicht der Gegner ein Gut hätte gebrauchen können, die man sich aber eigentlich nicht leisten kann und die einfach nutzt, um ein Weltwunder zu bauen. Also dieser Mechanismus ist auch nochmal sehr gut gemacht. Und was schön ist, es ist ja ein Kennerspiel und es passt auch gut in die Reihe der Kennerspiele und dauert trotzdem nur 30 Minuten, sodass es recht flott geht und man immer noch schnell eine Revanche danach spielen kann, wenn man dann verloren hat. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch hier einen guten Eindruck an das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal.